let's play tennis let's play gta online wir spielen beides high flow hallo passt natürlich perfekt für den sportkanal wir zocken gta online und was gibt es eigentlich noch mini golf gibt's glaube ich noch ja klingt super oder normales golf immer nicht sicher wetten wir mir irgendwas magst du was wetten nein ich habe sie auch noch nie probiert bewegen ok ok bewegen aufschlag aber wechseln slice wie kann man zurückschlagen ok leg mich am arsch super und ich habe drei sätze ausgewählt die alten playstation tennis spiele waren cool ja auf der vierde gibt es noch immer nichts glaube ich nicht voll schade man muss auch sagen wir haben das perfekte sportort an das hast du festschild hast du ok das ist ein spielball den ersten ball ja spiel ball spiel aber nicht echt drei sätze oder nein also geht ja seht ihr dann auf unserem eigentlich war ja sehr gut einzel auf dem eigentlichen kanal sieht man das ganze dann seit nächsten ok das heißt ihr müsst und ich verlinke es euch einfach drunter machen wir so damals gerade vorher die heißt es aufgenommen und da wird es auch immer so immer wieder gameplay geben je nachdem wo der war stark der hat sich voll gedreht wir sind das hinbekommen ja keine ahnung okay Slice stop ball stop ball stop ball ist ja ich benannt ah bei mir hattest du den überhaupt nicht echt das ist manchmal echte ich bin ich bin ich bin ich die beiden treffigen irgendwie nicht er das macht gar nichts der jahr ja wie ist das mit aufschlag soll ich ihn da wo das fadenkreuz ist treffen ich glaube schon so hab ich es verstanden der war drin ja natürlich gibt kein schiedsrichter wir schießen uns an falls wir nicht nicht mehr wollen jetzt kann man da nicht einfach die waffe ziehen oder mit einer granate spiel ja ja bei mir hat das ausgestattet ist in die andere richtung und versuchte mal zu erwischen es lag schon ziemlich ja wir haben haben internet eigentlich erwarte ich mir von einer 125 mbit leitung etwas mehr aber spiel weil ich ein spielwahl schon ziemlich cool nein doch beim spiel gewonnen eins zu eins scheiße ja dieser nervenkitzel ja alter du hast bei mir schon vorher geschlagen habe ich eh nicht so klug probiert die verschiedensten Methoden aus zum schlafen auch ahaha Tennis Profi und Mode beides in einem eindeutig da mache ich auch was was denn ich habe nur diesen Stopp Ball mir angeschaut achso aber irgendwie ist der nicht anders als die anderen nicht nein oder ich kann es einfach nicht man kann auch ah so kann man zielen das habe ich auch noch nie probiert mach ich schlag zu früh breakball das war ziemlich mies jetzt machst du mich voll fertig ich kenne mich in Tennis überhaupt nicht aus nur so ich weiß gerade mal wie die Punkte vergeben werden und was ein Aus ist und was keine Aus ist aber mehrmals ein Break ist wenn ich Aufschlag habe und du aber dann Punkt machst echt dann breakst du quasi mein Aufschlagspiel oder so ah Spiel gewonnen 2 zu 1 Philipp streng dich an schau ich schon so ein bisschen aus wie Andrew Agassi ja finde ich auch ob du auch mit Steffi Graf was hast irgendwie siehst du ja ein bisschen aus wie Steffi Graf bam 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 sag ich nur das ist gar nicht so schlecht gemacht gell es gab schon schlechtere Tennis Spiele in den letzten Jahren wie ziele ich irgendwie kann man es gell nur ändert sich nicht viel aber wie ich kann nicht zielen ich konnte das vorher irgendwie Aufschlag Uhr na toll nein oh komm ein super Return ich gebe dir gleich einen Return ah herrlich ich geh mal ah was denn? I know how to ziele jetzt und wie? naja während dem Aufschlag während die Power auflädt kannst du links mit der Maus nach links oder rechts gehen mit der Maus ist das ok ja ja nicht schlecht nicht schlecht ah ich muss dein Helm ach ja wenn ich da jetzt hingegangen wäre wäre es doch noch Fehler gewesen na da bin ich sicher ah zu spät geschlagen tja ja Boah, dabei kann ich das mit ihm schlagen. Wortwitz. Ist immer gut, wenn man die erklärt. Das macht sie noch viel lustiger. Ach ja. Martin, hab ich nichts. Ha! Bam! So ist das. Komm, trau dich. Oh, der war gut. Natürlich war der gut. Ja, jetzt rennen wir ihn zum Ball. Juhu. Ein Stand. Ein Stand? Ja. Ein Stand. Ich wollte jetzt gerade den Joke mit zwei Stand bringen, aber... Boah. Ein Ass. Vorteil ich. Also da bist du eindeutig stärker. Ja, ich habe jetzt herausgefunden, wie man etwas geil schlägt. Wie man etwas geil schlägt, habe ich herausgefunden. Muss man manchmal ziemlich fest schlagen, ja. War es out? Ha! Nein. Juhu. 3 zu 1, Philipp. Wie lange geht so ein Satz? Ich glaube bis sechs, oder? Oh. 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 Ja, wenn du so weitermachst, hast du eh gleich. Ja. Ja. Ja, sonst machen wir das Game da noch. Ja. So lustig ist es dann doch nicht. Nein. Ein Doppel wäre witzig. Nein. Nein. Das ist zu früh drücken, das ist ärgerlich. Juhu. Das ist total nervig. Ja. Und ich kann mich eh nicht darauf verlassen, auf das was ich sehe, weil du lagst immer. Und du auch bei mir. Wieso gewinnst du? Wieder Breakball. Dann hast du gleich. Ja. Ich finde, ich schaue auch aus wie Andrew Agassi. Boah, der war stark. Wirst du ein Ding mal? Einfach hinklaufen zu mal. Du hast verdient gewonnen, ich würde sagen. Ja. Lassen wir es, oder? Wie kann man da beenden? Keine Ahnung. Egal. Schauen wir mal, ob wir da noch Golf machen. Bis dann. Bis dann.